Wir wollen natürlich ein schnelles Eishockey spielen mit sehr viel Schlittschuhlaufen. Wir wollen den Gegner unter Druck setzen. Zurück zu Bad Nauheim. Eishockey, so wie wir es kennen. Der Gegner soll schon merken, dass in Bad Nau ein anderer Wind erweht. Ich habe das auch schon öfter gesagt. Die Fans in Bad Nauheim sind speziell. Die Spieler, die hierher kommen, reden jedes Mal an. Die Fans sind so laut. Das will natürlich jeder. Die Emotionen, die im Spiel sind mit Fans, sind einfach nicht vergleichbar. Unfassbar, wie viele Nachrichten ich im Krankenhaus bekommen habe. Dieser ganze Zuspruch von der ganzen Stadt. Das zeigt mir einfach, dass das die letzten sechs bis sieben Jahre richtig war hier in Nauheim. Und ja, also vielen, vielen Dank einfach nur an jeden Einzelnen. Das ist wirklich wichtig! Das ist ein ganzes Einzelnen der ganzen Stadt. Das ist ein ganzes Einzelnen der ganzen Stadt. Und hier gibt es ein ganzes Einzelnen. Ich bin jetzt der Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020